Ich schlag mich mit Betrügereien durch, seit ich zehn bin. Ich bin von der Flugakademie geflogen, weil ich meinen eigenen Willen hatte. Ich werde Pilot. Der Beste in der Galaxis. Hey Kleiner, ich brauche eine Crew. Seid ihr dabei? Das heißt ja. Ich bin vielleicht die Einzige, die weiß. Wer du wirklich bist. Und wer bin ich? Halt dich bereit! Ich dachte kurz, wir wären in Schwierigkeiten, aber alles in Ordnung. Alles gut. Halt dich. Halt dich. Halt dich. Halt dich. Untertitelung des ZDF, 2020